Okay, die... Wow. Verdammt. Die Frage ist jetzt, wie komme ich... Ach, wahrscheinlich muss ich von oben irgendwo runterspringen. Okay, hier ist jetzt nichts. Das war mir irgendwie klar. Kommt der Aufzug nochmal runter? Alles klar. Jetzt gehe ich mal kurz hier rüber. Hol mir das Leben. Na, da scheint alles in Ordnung zu sein. Okay. Hier ist dann also... das... was sich Challenge Point nennt. Die Frage ist jetzt natürlich, wie viel Leben bleibt mir jetzt noch übrig nach der Aktion? Aber ich hoffe mal genug, um weitermachen zu können. Nicht gleich meine Satelliten zu sterben. Oh, komm hier, da. Activate the computer in the observation tower and will know where Boba Fett is. Slave one is docked. Okay. Eine riesige offene Ebene. Da oben schwebt was. Ja, da oben schwebt was. Wird der da hochfeuern? Ich weiß es nicht. Woh, 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 woh. Oh, Mist. Nein, 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 nein. Och. Puh. Ähm. Hm. Hm, hm. Das kennen wir ja schon. Och, die müssen wir jetzt wieder einsammeln. Ich weiß nicht. Ähm. Wie nervig ist das denn? Jetzt muss ich wieder hier rauf. Vorsichtig. Vorsichtig. Nur mal seitwärts drehen. Ähm. Wow. Verdammt. Wieso war das so rutschig? Nur mal seitwärts drehen. Die Pfeiltassen sind dafür gut. Okay, das war schon mal der Challenge Point. Ähm. So, hier war es. Was weiß ich? Da ist es. Okay. Das war es dann jetzt. Wow. Das war ein bisschen zu schnell. Mhm. Okay. Okay. So. Dann noch mal springen. Oh, das war ja alles. Also ziemlich alles. Okay. So. Also ziemlich alles. schön und das bedeutet ich kann jetzt laufen oder weniger soviel ich will die auf mich schießen ich schreibe noch einer Den habe ich erstmal gleich stark, da habe ich auch mal einer gewaltig gesehen. Das bestehen wir jetzt schon. Ah ja, genug gespielt. sehr schön dahinten sehe ich da noch einen obwohl im moment noch nicht und wo ist jetzt der bigfoot der höhlenbewohner so dauert es zwar länger aber auch kaputt ich brauchen ja gar nicht kaputt machen weil ich das wow das ist rutschig hier verdammt war das rutschig ok hier können wir uns mal aufbütteln wenn wir uns aber nicht erleißen wollen geht auch gut 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 ähm jetzt kommt wieder die herausforderung hier rüber zu springen so funktioniert jetzt auch elend rutschigen steine hier man sieht gar nicht dass da ein weg ist das ist ja echt strange mir geht einfach voll ineinander über gut dann sind wir jetzt hier mal doch recht weit bis jetzt da kommt gleich die station ähm mhm mhm da wir die ja schon kennen die beiden erschießen grün und verdammt verdammt na war klar das war es dann mit dem teil schießt nicht mehr auf mich kleine nervensäge ähm ähm äh 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 ja verdammt wieder so wahrscheinlich verdammt oder gut 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 äh wow verdammt was war das überhaupt für den Gegner heißt aber der Gegner ist einfach weg äh äh so genau sehr schön jetzt könnte man eigentlich rein auf los mal da runter weil da so viel kram liegt doppelte Geschwindigkeit gibt es nicht durch Unterstützung der Maus aber man kann bremsen und stehen bleiben wenn wir die ganze Zeit noch vorwärts rückt so ja so jetzt ist aber das Tor dran schon zu spät Untertitelung des ZDF, 2020